Drei Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe für Handeln mit CBD-Blüten. Dabei dachte ich, CBD ist doch im Gegensatz zu THC legal. Was die Richter des Bundesgerichtshofs sich dabei gedacht haben und welche Folgen sich aus diesem Urteil ergeben, erfährst du heute von mir. Herzlich willkommen bei ONNPU. Hallo erstmal, mein Name ist Manuel Kran und ich bin Verkehrspsychologe bei ONNPU. Die beiden Angeklagten wurden bereits im Juli 2021 vom Berliner Landesgericht verurteilt, versuchten ihr Glück aber durch eine Revision vor dem Bundesgerichtshof. Dieser bestätigte wiederum schon im Juni diesen Jahres das Urteil der Berliner Richter, wodurch die knapp vier Jahre Haft für einen der beiden Angeklagten rechtskräftig wurden. Darüber informierte der BGH kürzlich am 12. Oktober. Aber wie kann es jetzt sein, dass CBD-Blüten illegal sind, wobei man sich durch CBD doch gar nicht berauschen kann? Naja, zur Möglichkeit sich durch CBD-Blüten zu berauschen, gab es bereits im März 2021 ein Urteil des BGH, bei dem die damaligen Betreiber der Braunschweiger Hanfbar jedoch freigesprochen wurden. Das aber nicht, weil man sich mit CBD-Blüten nicht berauschen könne, sondern weil ihnen zugestanden wurde, dass ihnen eben dies und die damit verbundene Strafbarkeit nicht bewusst war. Was in Juristendeutsch Verbotsirritum genannt wird. Der BGH hat damals durch ein Gutachten jedoch feststellen lassen, wenn unverarbeitete CBD-Produkte in großen Mengen als Gebäck verarbeitet und erhitzt würden, sich der THC-Gehalt auf eine Konzentration erhöhen ließe, die einen Rauschzustand ermöglicht. Folglich hat der BGH festgelegt, dass ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen sein muss, wenn unverarbeitete Nutzhanfprodukte an Endkonsumenten verkauft werden. Und genau diesen Sachverhalt haben sich die beiden Angeklagten nicht zu Herzen genommen, sondern haben sich auf gefährliches Glatteis begeben. Sie sind zwar unter dem vorgegebenen Grenzwert von 0,2% THC in ihren Blüten geblieben, Im Gegensatz zum Prozess um die Hanfbar in Braunschweig kaufte man ihnen aber nicht ab, über die bestehende Möglichkeit des Missbrauchs nicht Bescheid gewusst zu haben. Nach der Bekanntgabe des Urteils hat es interessanterweise genau einen Tag gedauert, bis in einem CBD-Shop in Nürnberg eine Razzia durchgeführt wurde. Ähnlichen Aktionismus zeigten die Polizeibehörden bereits nach dem ersten Urteil im März 2021, als vor allem im Main-Rheingebiet unter anderem in Darmstadt und Rüsselsheim bei Razzien sämtliche Hanfprodukte der betroffenen CBD-Shops beschlagnahmt wurden. Was das Urteil noch einmal verdeutlichte, ist, dass die Abgabe von CBD-Produkten selbst mit geringem Gehalt von THC nach einer Ausnahmeregel in Anlage 1 zu § 1 des Betäubungsmittelgesetzes derzeit unter bestimmten Bedingungen an sich zwar straffrei ist, dies aber nicht für alle CBD-Produkte zutrifft. So stellten die Richter zwar fest, dass der Grenzwert der Ausnahmevorschrift von 0,2% THC in den CBD-Blüten nicht überschritten wurde und die Angeklagten ausschließlich gewerbliche Zwecke verfolgten, den potenziellen Missbrauch der CBD-Blüten zu Rauschzwecken sahen sie jedoch nicht als ausgeschlossen. Dabei war dieser Ausschluss des Missbrauchs nicht einmal mit der Unwirtschaftlichkeit des nötigen Verarbeitungsprozesses stichhaltig begründbar. So ist und bleibt die Abgabe von unverarbeiteten CBD-Produkten wie Blüten, Gras oder Tee an Endverbraucher illegal, da die Richter hier ein Potenzial zum Missbrauch erkannten. Ähnlich wie bei Cannabis ist der Konsum zwar legal, der Besitz jedoch strafbar für Privatpersonen. Solange die Legalisierung von Cannabis noch auf sich warten lässt, macht es also durchaus Sinn, beim Kauf von CBD-Blüten, die nebenbei bemerkt nur sehr schwer von herkömmlichen Cannabis-Blüten zu unterscheiden sind, vorsichtig zu sein. Zur aktuellen Entwicklung der Legalisierung von Cannabis in Deutschland und allen Problemen auf dem Weg zur legalen Abgabe erfährst du mehr in diesen beiden Videos. Folge uns auch gerne auf Instagram oder Facebook und lass ein Like da, wenn dir das Video gefallen hat. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal.